Sie hat das gewisse Etwas. Sie hat das, was andere nicht haben. Sie ist außen wie innen attraktiv. Sie ist intelligent, engagiert, leistungsorientiert und sie ist zuverlässig. Im November 2011 in den Markt eingeführt, im August 2012 bereits 100 Mal verkauft. Das ist die Erfolgsgeschichte der Conti Form 3, der neuesten Generation der Kronis Streckblasmaschinen-Serie. Mit dieser Maschine hat Kronis die Markterwartung genau getroffen. Die Conti Form 3 erfüllt die Anforderungen und Erwartungen der Kunden, denn sie bringt durch ihre Verbesserungen zahlreiche Vorteile. Komplett neu konzipiert ist das Blasmodul. Auch der bewährte Linearofen wurde weiterentwickelt und hauptsächlich hinsichtlich des Energieverbrauchs optimiert. Die Erhöhung der Stationsleistung von 2000 auf 2250 Flaschen pro Stunde in Kombination mit dem neuen elektromagnetischen REC-System wird vom Markt als konsequente Weiterentwicklung und Verbesserung der bewährten Conti Form-Technologie bewertet. Als weitere Verbesserungen zeigen sich die optimierte Bedienerfreundlichkeit, einhergehend mit einer Verringerung der Produktwechselzeiten und Erhöhung der Flexibilität sowie der gegenüber dem Vorgängermodell erheblich reduzierte Gesamtluft- und Energieverbrauch. Die Conti Form der Generation 3 wurde in Größen von 8 bis 36 Blasstationen entwickelt, womit nun Rekordausstoßleistungen von bis zu 81.000 Behältern pro Stunde realisierbar sind. Mit der neuen Generation der Conti Form-Streckblasmaschine ist Krones eine Maschine gelungen, die das bewährt zuverlässige und einfache Konzept weiterführt und in allen Belangen neue Maßstäbe am Markt setzt. Die Conti Form 3 schreibt die mittlerweile 15-jährige Erfolgsgeschichte der Conti Form mit nun insgesamt über 1.600 installierten Maschinen konsequent weiter.